Welche Bedeutung hat das Museum für... Das Museum bedeutet unsere Geschichte, die Geschichte jedes Volkes. Was wird hier alles so gezeigt in diesem Museum? Was? Was wird hier ausgestellt? Ausgestellt. Ich stelle, wie unser Volk oder unsere Urgroßeltern gelebt hatten und wir haben unsere Kultur bis heute erhebt. Die Einwohner von Nukus, interessieren Sie sich dafür? Kommen die hierher als Besucher? Jeden Tag. Das heißt Karakabaksa, aber es liegt in Usbekistan. Hier sind alle Frauen Schmücksachen, die uralten gehören. Das waren Ohrringe und Brustschmücksachen. Hier sind auch die Schmücksachen, Urkara-Kalpakischen, das heißt Kierge. Darin wurden die Geschirre der Frauen gesteckt. Man unterscheidet hier nach den Schmücksachen. Die Frauen, die jungen Frauen, junge Frauen und das sind Usbekische Schmücksachen. Hier sind alle Schmücksachen, die Mittel-Aziatischen Frauen. Das sind Usbekische Frauen, das sind Usbekische Frauen Schmücksachen. Sie unterscheiden sich voneinander. ... Würstchen, die bekommeneoren zu TurnThank. Aus láperen zu arbeiten. Einазыв Air oder Steinenlande? Auf das, topen die gebeurte ich. Das sind da, was. Unbefalt unter Defenceelschmücks ist. Auf das, was. Aus da, was. Auch da ist Aber lại, es verändert sie, Monumentично. Dankeschön.